balianu doch hier schlafen die lautra und ein völlig überflüssiges vor durch golgo 45 sekunden nach dem fast spiel entscheidenden 3 zu 0 nur noch 3 zu 1 und auswärts tore sind ja besonders wichtig im europapokal das brauche ich ihnen meine damen und herren nicht zu erzählen 3 zu 0 also durch golgo sowohl melzer der libero als auch kitzmann hatten hier überhaupt nicht aufgepasst